Mandelmilch aus dem Deluxe Blender. Zuerst weichst du deine Nüsse circa 12 Stunden in Wasser ein, gieße sie dann ab, spüle sie ab und gebe sie dann in den Mixbehälter. Je nach Belieben kannst du natürlich jetzt noch etwas Honig oder Vanilleextrakt zugeben. Das ist absolut optional. Gebe noch Wasser hinzu und starte dann das automatische Programm Alternative Milch. Das Programm läuft jetzt automatisch circa fünf Minuten durch. Sobald das Programm durch ist, piept dein Blender und deine Mandelmilch ist schon fast fertig. Gieße jetzt die Mandelmilch durch den beiliegenden Beutel und ich habe auch hier wirklich jedes Tröpfchen mal wieder ausgepresst. So schnell und einfach stellst du deine Mandelmilch selbst her.